Leon 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 Hallöchen und herzlich willkommen zu einer Runde des Safari-Games auf dem Dust-Over. Hubschi kommt auch gleich noch gleich dazu. Hubschi ist gerade irgendwo draußen. Ich habe hier immer meinen Standort Routy, Routy, Routy Routy genau, ja Routy Routy Was mache ich, ja noch nicht? um hubschulein die Straße zu tun und draußen Glaube ich keine Ahnung ein Verfassungsgericht nicht so viel reden Aber warum treffe ich ja nicht vorher aber vor zehnmal dagegen daneben mann jetzt holt das ist okay und ich habe gerade zwei auseinandergenommen ich habe ja ich ja auch schon aufrufschieden ich habe ja ich bin nicht so weit bei griechisch ist er wo wieder da ist sie mit einem Tag okay ich habe eine Absorption von einer Minute irgendwas ähm richtig Schiss gehabt weil wir haben einfach nur so zwei Leben oder so gehabt was mit dem Falsch wo ist der jetzt wo ist der Junge ne ich kenne mich auf den Met Null aus eigentlich ein Schüler Tür zu machen erst wenn er das ist was ist das ist klar ja warte kurz ich habe genug Gold für ich kann zu vermitteln Schaumann Inventar um ist ja ja muss gucken Kupen Kupik es sind mal kurz ich habe aber konnte sich gebraucht werden so gut der Fisch zu gestartet okay die du hast übrigens gewonnen Arten ja die ob das jetzt so gg war ja ich habe davon macht lief ja das heißt auch nicht aber es gibt auch Leute die überhandene Hälfte und sie werden wieder so sind gg ja ich gesagt die Runde war es sehr 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 kurz die Zoller der Klubel für Sonderrechte an die Lieblingser auch des Gegnern sie ist für die Akte der Niveau sie sagt ich hätte auch mal Zeit die Runde hinten dran im Stil des Genaar Schreibern als Götter und der hier ist eine zweite Runde und der Anstieg schon mal kaputt gemacht sie war nicht er hätte ich jetzt eine Zeit und an dieser Zeit und bis dahin das muss ich wieder schnell und nicht tun ich habe sich an mit der die Beine er hat man er geht egal ist er zu haben oder gemacht haben nicht stimmt das natürlich Prozent der zweiten Runde und die dritte nicht sich nicht haben wir es ist nicht bisher der zweiten Runde es fehlt noch anfangs bevor wir sie die Zeit bisher der Grund ist eine Lübe ist wieder zurück wenn er in der Hand er auch wieder bis zurzeit nicht so lange in jeder Runde sein bis zu den Achtung er hat so dass du willst du es nur bringt Bock als Zoll was sich das dazu steht ich bin auch noch an es gibt es was ich nicht lassen kann was ich nicht in der Gesellschaft gesellschaftlich nicht aktiviert im Kultus mit Schaden Schaden Heusbock irgendwie immer wieder zu kämpfen alle zu fahren wenn man nicht so kann Rui ich finde das ganz interessant Vortrag eingestellt das Feuer an mit das ist ja und bis dahin ist möglich vor der Rüstung Prozent von Wasser sie schreit und nur wenn es folgt es ist bei der Rüstung Spalding das Ziel bei mir das meine ich all die Sachen zu L heute eine Form warum Probeck vor Händler noch das richtig dachte und haben die doch jetzt kommt der der Merkel sich das hier laufen wie ich bin schön aus ja genau ein auf mich mehr und wir sind deutsch und so zu gehen ich finde die tatsache amüsant dass das nicht ganz funktioniert kein kompass dann wüsste ich immer wie weit jemand hinter mir ist immer f5 modus geht auch aber nicht so gut ich weiß ob sie schon mal leben ich habe mein gott auf der bock ich bin hungrig aber oft an einem abstand will ich jetzt nicht wirklich aber der kaiser und deswegen will ich mir jetzt warte kommen bei uns okay kommt was kommt was kommt was kommt was er hat nicht besser ja bei dem vor auch gekämpft es ging zwar nicht kämpft egal eine einlose wieder da unten ist an der reihe das wollen wir alle immer nur eine unserein immer der blöde ein böse mich nicht würde würde sind böse böse hoch ich habe ein standard rote seine es ist nicht mehr ich hoffe jeder hat schon ich meine das halt seitdem das umgebaut wurde es sei noch da schätze zu sagen muss aber er hatte es auch ich kenne mich auf dem mit dabei schon gut aus weil wenn ich m es gespielt wurde hier eigentlich nur für die mehr wo dich halt nur für den Weg und ja ich spiele die Map am häufigsten von einem Elf sage ich auf das okay der ist richtig nervig mit seinem Bogen ok das was da kommt jetzt auch mit seinem Blame so nice okay ähm Hupsi habe ich gerade 2.000 andere Kinder um Hupsi, weiß nicht, äh schau da kannst du nur mit seinem Handy es ist nicht mehr mit mir noch nicht sein egal sagt soll jetzt wenig rede ich bin richtig angespannt okay okay der aha ist richtig ich rede erst wieder mit dir wenn du die fahrzeuge welche untergewohnung okay das heißt man kommt das video das heißt nicht das ein team das ist so ein mit das team aber erst mal kommt der nächste von dem das regt mich so offen wieso können die leute nicht normal spielen auf 8 es geht in team ernsthaft die erarbeitet es geht wenn sie auf wird na ich liebe acht es geben okay ich werde ich schon war ich glaube es gibt ein der fest zwischen mir und dem und noch ein anderer glaube ich genau zwischen mir und dem lustig Ok, hab's viel gewonnen, einfach mit 3 TNT, nice, 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 tschüss. Schau euch das an, Hubschi. Er hat die ganze Zeit ins Handy geschaut. Lappen. Keine Ahnung, ich würde es zurückschauen sollen. Wee, wee. Entschuldigung. Auf jeden Fall, ähm, uns mal zwei schöne Runden, 8 SG, auf meinen zwei Lieblingsmaps. Also, ja, sehe ich jetzt auf jeden Fall. Ich kenne mich nicht wirklich aus auf der Map, aber ich spiele sie eigentlich recht gerne, weil die Kistenverteilung echt gut ist. Und, ja, wenn es euch gefallen hat, dann lass doch einen Daumen nach oben da und, ja. Und kommentiert das Video auch, falls ihr Kritik oder sowas habt, dann schreibt es gerne in die Kommentare. Hubschi zeigt mir grad, äh, ja, Hubschi, das wollte ich eigentlich jetzt ins Video einblenden. Hubschi schreibt mir, ähm, mach wieder Funnets, ich möchte wieder mit dir reden, Herzchen. Okay, ähm, danke fürs Zuschauen, bis jetzt beim nächsten Mal. Tschau. Hubschi sagt Tschau. Hubschi. Fuck, tschau. Äh, Hubschi hat grad sein Mikrofon am Boden, also am Tisch gerade eigentlich. Egal, vielen Dank fürs Zuschauen und tschüss. Tschüss.